Hallo, mein Name ist Kathrin Lohran, ich stehe Kine bei Parkinson.net und ich weiß nicht, heute ein kleines Video, wählt mich einfach aus, vor dem Auto ran oder rauszuklammern, weil da denkt froh, dass die Patienten aus oft stellen. Für ein bisschen mehr einfach zu machen, nun schon habe ich es ausgelennt bei meinen Kollegen an der Ergotherapie, nämlich so ein Disc wie der Titan, den einem herläuft, zu drehen. Ich kann ihn dann auf der Sitz lehren und dann das tut mir einfach. Wenn aber kein so ein zu hand wird, kann man einfach ein Plastik-Tut auf der Sitz lehren und das kann einem auch helfen, am Auto zu drehen. Ich lehne den Disc auf der Sitz, da kann der Patient so nur wie möglich bei dem Auto, setzt sich, handelt sich auf der Sitz, setzt sich in der Pui mit den Händen und dann hält ihn eben nochmal an den Rand und drehen. Für er raus, also da genau umgedrehen, hält sich mit den Händen und hält eben nochmal an den Rand raus und drückt sich mit den Händen auf, für sich zu stellen. Was wichtig ist, ist nicht das, dass ihr probiert, das Auto so zu parken, dass ihr viel Platz hört, dass ihr ganz groß aufmachen könnt. Oder wie in diesem Fall, wenn ihr ein Auto schiebt, ihr nicht mehr einfach. Aufhängig vom Auto-Modell ist es dann auch eins zu machen, wenn ihr entweder viel überklimmt an den Auto oder Händen, das muss ich nicht mehr wissen, und kann auch gucken. Und was ihr noch machen könnt, für das ist die einfachste, dass ihr den Sitz, wo in der Schritt drauf sitzen, so weit wie möglich noch Händen räkelt, oder der Sitz für drühen, weit noch viel, dass ihr viel Platz habt für sich zu haben. Mein Arbeitskollegen und Dermotherapeuten, die können dann auch sein Auto und die individuellen Besoren auch passen und eventuell auch weiter Handgriffe machen oder so Sachen. Da will ich noch drauf hinweisen, dass der Patient an diesem Fall, wenn man jetzt so einen eigenen Haushalt gibt, der sich dafür macht, keinen Masken zu tun und für den Film zu drehen. Merci.